UNTERTITELUNG Steig ein. Ich weiß, Sie konnten dir nichts nachweisen. Naja, ohne Wagen kannst du ja auch schlecht Rennen fahren. Razor hat dich gelingt. Er wollte nur deinen Wagen. Und das Schlimmste ist, er ist Nummer 1 auf der Blacklist. Und das mit deinem Schlitten. Um wieder dabei zu sein, musst du dir einen Namen machen. Rennen gewinnen und Kopfgeld kassieren. Ich habe für dich eine Unterkunft klar gemacht. Aber erstmal brauchst du was zum Fahren. Hey, Ed, hier ist Nia. Ein guter Freund kommt mal vorbei. Tu mir einen Gefallen und hilf ihm. Danke. Du hast was gut. Danke. 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 Hey, ich bin's. Check deine Karte. Fahr zu dem Ort, von dem ich dir erzählt hab. Wir treffen uns dort. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Cool, du hast es gefunden. Wie gefällt's dir? Stell deinen Wagen hier ab. Kannst dich wie zu Hause fühlen. Und untertauchen, wenn's dir zu heiß wird. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich ruf dich an, wenn's was Neues gibt. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017